Ich muss mir hier mal das Blaue ins Brüssellicht anmachen, wegen dem Beine streiten sich. Ich hab's gehört? Sie hat angefangen, die Kleine, die Kleine hat angefangen. Was? Nutte, Schlampe, Hure. Ich hab schon Geld damit die beiden, damit irgendjemand... Alle beide, alle beide, alle beide. Sabine und die Kleine, ihre Zimmernachbarin. Sind die Kleine in ein Zimmer oder was? Nein, alle beide in ein Zimmer. Einige sind die beiden getrennt, eigentlich. Einige sind die beiden getrennt. Mal schauen, wie lange das Personal braucht. Die eine war hier oben. In Starnberg, wo ich war, da sind die gelaufen. Sind die gelaufen? Ja, gelaufen. Okay, da sind die gelaufen, oder? In der Klinik, wo ich war, da haben sie gepiepst und danach sind die... Und die dort. Ja, also. Die waren ja fünf Minuten hier oben, hier sind fünf Minuten. Die waren fünf Minuten hier oben, da war nix. Da war gar nix. Da war gar nix. Da war hier überhaupt nix. Ja. Die dann sehe ich schon. Die dann sehe ich schon. Die Fräulein. No. Die Fräulein. Jimena. Die weiße nicht, was Manfred. Immerhin ein Worterbücher, der ist nicht. Und dann haben wir die Fäulein. Die Arbeitspläne und die haben sich nicht. Erwerbenskriegel. Der war ja. Der ist nicht. Der war ja. Du kannst nicht. Du kannst nicht. Aber nicht wenn essauscht gibt. Wenn hier im Bekänt comes gibt. Okay, habt ihr gemerkt, es wird los sein. Ja. Richtig schnell, Tom Bam. Aber Bildschirm aufzeigen und zeigen, oder? Was wird hier Dropbox was dazu sagen können? Und da muss O2 hier antworten. Tom. Ja, ihr beiden. Tom Bam ist Tom. Habt ihr jetzt das Tourette mitbekommen? Wie weit ist diese Vergewaltiger-Sekte? Tom Bam, Tom. Wo Tourette verantwortlich ist. Auch für diesen Hack hier verantwortlich, oder? Wo sind alle Daten? Microsoft und so weiter. Bildschirmaufnahme läuft, obwohl der Bildschirm schwarz war, oder? Tom. Tom. Zumindest ging der Bildschirm aus hier bei mir. Aber wird vorbereitet, immer noch. Tom Bam ist Tom. Der Wort ist angelegt, steht da oben. Es sind 54 Dateien, nicht jetzt hier, aber ja, habe ich angelegt. Tom Bam. Also. Wir haben ungefähr 4 GB Speicher. Dann werden wir sehen, wie jetzt die Vorbereitung läuft. Und das kommt auf Soundcloud. Ja, auf YouTube. Tom Bam. Und dann wird das schauen, wie Dropbox wird antworten, oder? Ihr Dropboxler. Tom. Ist doch gut. 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 Tom Bam. Tom Bam. Habe ich gerade unten auf den Kreis gelegt. Ja, ging am Anfang nichts. Wie passt das zum Thema Haken, oder? Tom Bam. Hey. Ihr habt es gesehen, die andere App. Gehen wir hier mal auf. Tom Bam. Machen wir das gleich, ja? Nein. Hier haben wir 116. Tom Bam. Tom Bam. Tom Bam. He he. Tom Bam. Tom Bam. Tom Bam. Ja. Wo geht man? Ja, auch auf Dropbox. Tom Bam. Hey, ist ein Dropbox Video. Guten Tag. 160. Muss ich mir merken. Tom Bam ist tot. Jetzt ist er gut schön weiß. Oh. Tom Bam. 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 Geht gleich leer. Also hier holen. Habt mal gesehen. Aber das gleiche wird vorbereitet. Tom Bam. Hey. Ja. Dropbox Video. Werbung. Tom Bam. Und Blackview. Tom. Oder? Tom Bam. Tom Bam. Tom Bam. Jetzt gehen wir mal wohin. Richtig. Ich hab's gesehen. Tom Bam ist tot. Hm. Jetzt gehen wir mal zur Dropbox, oder? Tom. Ich klic nach oben. Tom Bam ist tot. Hey. Jetzt geht was, oder? Tom Bam. Ist flüssig, oder? Wertes Volk. Und ein Tealer. Oh. Gehen wir auf Dropbox. Schauen wir jetzt mal, wie die beiden Ordner werden hochgeladen, oder? Tom Bam. Tom Bam. Seht ihr das? Ja, jetzt ist der Mölkchen wieder aus. Gegangen. Hier ist nichts mit Uploaden, oder? Und womit auch zweimal beweishaft auf Uploaden haben geklickt. Aber jetzt werden wir sehen, was hier da sind. An Ordner. Tom Bam. Ich hab auf Dateien geklickt. Aber geht nicht so. Du wälzer. Tom. Hey. Tom Bam. Tom Bam. Tom Bam. Tom Bam. Ihr habt's gesehen, oder? Tom Bam. Tom Bam. Haben wir nicht vorhin gerade Ordner erstellt. Beweishaft Upload. Äh. Dropbox. Tom. Hey. Audio App 1. Ja, ja. Und die zweite, von gerade eben. Von My Records 2. Tom. Hm? Tom Bam. Gehen wir mal hier beispielsweise auf Upload. Warten auf Upload. Ich hab hier draufgeklickt. Tom Bam. Tom Bam. Tom Bam. Tom Bam. Tom Bam. He. Tom Bam. Das Video wird bekommen. He. Tom Bam. Nexial. Hallo Nexialer. Tom Bam. He. Unten geht auch nichts. Ich hab jetzt wieder da auf die drei Punkte zum Klicken. Bei Warten auf Upload. Hm? Tom Bam. Jetzt geht der Monitor wieder aus. Tom Bam. Hey. Schau, ob die Bilder auf einmal läuft. Ja, läuft nach. Sehr gut. Tom Bam. Tom Bam. He. 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 Das heißt den Handygeschäft, was? Der geht nichts rauf und runter. Tom Bam. He. He. Das ist dem Uroi gehönig. He. Gehen wir auf Warten, oder? Tom Bam. He. 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 gehen wir mal perfekt auf. Wie ist das? Geräteinformationen. Wo ist hier die Geräte-Info? Drum hier. Eine Anwendung, alle Informationen, oder? Nexial. Glaubst du, das geht auf den Laptops anders, oder? Dann geschau, wie weit das Gerät geschützt ist, oder? System, oder? Das heißt ein Ruh-Zugriff, weil er auf Nein steht. Bestimmung nicht möglich, bei C-Linux. Einmal ist die AM. Dorm-Bamme. Dorm-Bam. Strum. Dorm-Bam. Dorm-Bam. Dorm-Bamme. Dorm-Bamme. Frequenzen und die Lauf. Wieso? Dom. 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 Stumm. Aber system erklär ja jetzt so. Stumm. 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 Willkommen in e-mail. Herr Google. Bannestrum. Habt ihr gehört? Nächstes Jahr. Stumm. Stumm. Magst nicht mehr die Allzahl von Sitzungen, bedeutet was? Wenn da 15 steht. Stumm. 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 Also war mein Linux weg oder? Stumm. 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 Ich habe oben, wie ihr gesehen habt, auf den Steuerkreuz geklickt. Na, Polizei. Wieder die Kräuterwerbung. Wie der Fall. Verwalten Sie einfach Ihre Lokalen und Cloud-Dateien. Hey. Rumpam. Hey. Rumpam. 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 Jetzt Rumpam. Seid ihr, pass auf, ich habe nicht auf ausgeklickt. Hey. Komme... Komme, Komme... 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 Ja, wer hat dir was zu sagen von Dropbox? Dom-Bammer! 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 Stolz! Dom! Dom-Bam! 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 Oh! Was ist denn hier los? Das war auf meinem Laptop! Dom-Bammer! Hm! Also, Dropbox! Hier der zweite Ordner ist gar nicht angelegt worden! Der schon? Also... Es müssen 54 sein. Es ist super weh. Es ist super weh.